Scheiße! Los! Schneller, schneller, schneller! Der Buu frisst dich sonst auf, ey! Go, 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 go! Ja, 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 ja! Ich mach' den schon mal! Los! Power die Glühbirne an! Du wirst auch gepresset! Boah ey, jetzt hast du nur noch 5! Ich krieg 5, du hast nur noch 5, jetzt bist du wieder 4! Oh, okay! Okay, Cooper! Wer gewinnt! Ich fand dann immer in Mario Party 8 den Duell-Würfel so schön, den der letzte platzierte bekommen hat! Das Bonbon! Das war mein Lieblingswürfel! Ah ja, ja! Das war das mit Bonbons! Egal, ob jetzt... Was? Wario gewinnt? Ersthaft? Wario? Nee, ich dachte Expansion! Naja, egal! Yoshi war's ein Würfel! Okay, du hast einen neuen gewürfelt, aber wo landest du? Dort! Und er baut sich einen Sternstähler! Du kriegst keine Sterne von mir, mein Freund, auf keinen Fall! Oh, ich muss aufpassen! Ja! Du kannst nicht aufpassen! Du kannst nicht aufpassen! Du kannst nicht aufpassen! Es passiert oder es passiert nicht! Es ist jetzt so asozial, der könnte mich in der letzten Runde überholen! In der letzten fucking Runde! Boah, das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte! Also ganz knapp noch gegen Yoshi verlieren! Das wäre mies! Aber auch verdammt mies! Oh, gut! Du bist noch nicht zusammengekommen! Das klingt echt zweideutig! Wollte ich auch gerade anmerken, ne? Gekommen! Oh! Äh, das bin halt ich, ne? Ne! Oh man, ich kann mir keinen Sternenfresser machen! Hätten wir auch so ge- Wow! Alter, wie viele 1 gegen 3-Milie-Spieler einfach sind! Großes Münchenbrügel! Oh, jetzt werden die Münzen ausgelöst geprügelt! Oh nein! Ausgerechnet ich! Ich gegen euch! Ich habe Bowserkostüm hier! Oh Gott! Das schaut richtig lustig aus! Yo! Peach in dem Kostüm von dem Typen, der den über kidnappt! Also wenn das nicht mal Schicksal ist! Das ist weiblich aber auch so Junior! Yo, ganz genau! 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 Nein! Ich wollte doch hüpfen! Mach ich halt auf meine Weise! Boah ey, dieses mit Delay hüpfen! Und, 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 und! In der letzten Sekunde! Aber ey, ich habe gewonnen! Und nur Yoshi hat was eingehauen! Boah, alter! Und 5 Münzen sind für immer in der Matrix verloren! Oh, Mann! Läuft! Läuft! Irgendwie ein bisschen unlogisch! Na egal! Auf jeden Fall! Niemand, der einen Stern hat, darf auf Yoshis Feld kommen! Yoshi muss auf dein Feld! Hm! Weil, ey, wenn du gewinnst, das ist ja nicht so schlimm! Boah, alter! Ich will so berufen! Boah! Nein, nein! Nimm den roten Samen! Ja, da habe ich ganz gute Bedenken bei! Ich habe bei beiden gute Bedenken! Weil, ich habe ja den Bowser genommen! Äh! Ey, wetten, gleich trifft das Pech einfach mich! Ey, ich habe vorhin die blaue und jetzt die rote Pille genommen! Oh! Oh! Yo, Patrix! So eine... Insider werde vom Hands! What if I told you! Ja! Oh, ich liebe den Film! Bin ich mal ganz ehrlich! Wow! Wow! Also, ich freue mich echt, wer hat den Ereignis Stern? Das dürfte interessant werden! Entweder ich oder Wario habe ich das Gefühl! Wir landen andauernd auf der Scheiße! Oh, Knallfall! Ach ja, das war ja... Ach, A und Z immer... Ach ne, A und B! Oh man, ich kann das Spiel so gar nicht! Also, ich mache es immer mit A und Z! Keine Ahnung warum! Mach es immer mit A und B, weil mit A und Z komme ich immer aus dem Rhythmus! Ich hole hier keinen von euch mehr ein! Oder doch? Wer weiß! Only the Tankertel! What?! What?! Ich weiß echt nicht, wie ich euch eingeholt habe! Das ist einfach der Frauenbonus! Frauenquote! Alter, auf jeden Fall! Du bist die Quotenfrau! Alter! Mann bin ich die Schlampe! Oh man! Ja, Yoshi! 20 Münzen?! In den letzten 5 Runden gibt Kopa im 20 Münzen, der immer vorbeigeht! Okay! Mann ey, das ist so verarscht! Alter, der baut sich hier ein Monopol auf! Das ist doch ne richtige Armee meine Güte! Boah! Ist die Blumen nicht schön? Ja genau, schön! Alter! Wie langsam sich Yoshi da umdreht! Pädoblick! Der macht voll den Pädoy! Kannst du mir nicht Rabatt geben, Toad? Ich zahl's dir zurück! Ich zahl's dir schon zurück, ey! Ne, du zahlst mit Kreditkarte! Ja, komm schon! Ich habe eine! Ne, du hast nur ne Debitkarte, wie ja zum Beispiel Maestro! Der nimmt nur Visa oder Mastercard! Ja genau! Hütchenspiel! Was? Hütchenspiel! Ah! Ich hol' Deutsch! Ich hol' Deutsch! Das war das, wo du gefailt hast! Ach ja! Oh, wo ich einmal mich... Weil ich einmal falsch geblinzelt habe! Tja! Es ist der Rote! Es ist der Rote! Ich weiß das ganz genau! Lenk mich nicht ab, Bitch! Links! Rechts! Kartoffel! Ähm... Der Grüne! Ist der Grüne! Wusste es schon immer! Der ist Luigi! Ja, ganz genau! Nimm den Grün! Der Grüne! Der Grüne! Nein, 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 der obere! Scheiße! Ich dachte echt, ich hätte dich mit der Kartoffel aus dem Konzept gebracht! Hast du auch! Oh, echt? Hast du gerade nur geraten? Ne! Ich hab' mich noch wiederfinden können, aber Kartoffel hat mich ziemlich fertig gemacht! Oh, Mann! Reise die Kartoffel! Ich kann bis Kartoffel zählen! Ich kann bis Kartoffel zählen! Boah, ey! Nein! Nein! Wie viele Scheiß-Sternfresser jetzt einfach da aufgebaut werden! Ist ja heftig! Alter, ich werd' auf einen landen! Zuerst auf Wages, dann auf deinen! Diese epische, langsame Umdrehen, ey! Die sind so... Oh nein, nein, nein! Keine fünf, keine fünf, keine fünf! Natürlich! Oh! Du kannst wohl nicht zählen! Okay, jetzt wartet nur noch der von dir auf mich! Oder... Ich muss gleich eine Runde aussetzen! Das wär' natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich einfach eine Runde aussetze! So kann ich auch nicht bei Bowser landen! Und ich behalte zudem zehn Münzen! Fakt! Und ich komme dann nicht noch auf dem Bowser-Feld! Ach ja, oh fuck! Reise nach Jerusalem Toad! Toad Salem! Toad Salem! Ne, Ruh Toadet! Ich... Alter, Peach ist bestimmt ein E-Tier auf der Tierlist! Ey, Luigi, ist denn das S-Tier von Mario Party? Ne, Expansion! Nein! Das S-Tier! Luigi ist das S-Tier! Ich meine, der muss doch nicht mal was machen und der gewinnt! Und Donkey Kong ist das Tier! Der Donkey Kong ist einfach nur ein Tier! Er ist das D-Tier! Oder E-Tier, weil Expansion! Verarschen! Oh! Da kassieren wir doch kein Sticker! Opfer! So ein Mist! Auf jeden, Alter! Ich will jetzt keine 3 haben! Wetten, die 3 ist schon so gut wie vorbestimmt! Lässt sich ja nichts mit Timing machen! 7! Oh! Oh! Oh, ich komm noch zum Stern! Geil! Entweder das, oder? Ich würfel gleich noch eine 1! Ne! Ach ne, oder zum Bowser! Warte mal, wieso hast du nämlich den blauen? Du hast die blaue Pille genommen! Okay! Ja, versehentlich! Das heißt... Ey, das war jetzt 2x! Das ist 2x! Das ist 2x! 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 Ey, ich hab schon gewartet, bis das kommt! Das heißt? Crazy Cutter! Schneide die verstandene Figuren aus! Nein! Benutze den Control-Stick, um dich zu bewegen! Ach so! Ah ja, dat! Crazy Cutter! Mit Delay, ne? So schlimm ist es nicht! Oh nein! Oh nein! Wer als erster fertig ist, oder wie? Ne, wer am exaktesten nachzieht! In wat einer Zeit? Ja, die Zeit ist da oben! Ach ja! Boah, Alter! Ging das daneben bei mir! Meins ist auch ziemlich kacke! Nein, das ist das Beste! Das ist das Schlechteste! Oh, alle haben es geschafft! Oh! Weil man muss nur eine bestimmte Prozentzahl erreichen und hat man gewonnen dort! Eine bestimmte Punktzahl! Ja, wurscht! Na? Aber hey, 10 Münzen! Kann man sich nix drum kaufen, aber okay! Oh, letzte Runde! Oh! Jetzt kann es... Hoffentlich kippt mich jetzt nicht Bowser total aus dem Ruder! Tja! Boah! Er darf es nicht! Er darf es nicht! Obwohl, okay! Ich habe z.B. einen Vorsprung vor Yoshi! Das ist absolut meine Runde hier! Ähm... Das bringt nichts mehr! Nein, will ich ehrlich gesagt nicht! Ich will einfach nur mehr Münzen behalten! Ja! Weil... Dass du auch vor Wario bleibst! Ja! Sonst wärst du jetzt alles kalt hinter Wario! Ey, würde der jetzt da drauf landen, dann wär's so dämlich! Würde der noch was pflanzen, ey! Tja, es ist halt... Immerhin wurdest du noch... Um ein Haar... Dritter! Tja! Ach ne, warte mal! Bonus-Sterne! Geil! Oh, oh, oh! Bitte aussetzen! Nein! Das könnte jetzt schlimm werden! Ja! Von... Alter! Ähm... Pedalenpower, Control-Stick, Spinning! Ah! In welche Richtung? Spinnen halt! Jawohl! Ich mein, da kannst du's ausprobieren! Zum Treten drehen! Also probier's einfach mal! Okay, vergiss es! Los! Los! Scheiße! Schnell, schnell, schnell! Buh, friss dich sonst auf, ey! Go, 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 go! Ja, 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 ja! Ich mach den schon! Los! Power die Glühbirne an! Du wirst auch gefressen! Scheiße! Ah! Wieso hab ich nen Fussel an der Hand? Was zur Hölle? Das ist der Fussel schuld! Aber hey! Ich bin trotzdem erster! Und das folgende Minispiel, da kann man auch nicht mehr viel versauen! Und es ist... Draußen bleiben! Draußen bleiben! Läuft! Oh, Oblix wurde geküsst! Ah, Asterix erobert rum! Ja, ich hab immer noch nen Fernseher! Yoshi hat den Stern ja super! Den Stern! Äh, den Schlüssel! Ja, er ist ein Schlüssel! Wollte ich auch sagen! Schlüsselstern! Genau! Der Star Stone! Ich muss mich in Sicherheit bringen! Bist du bekloppt? Ja, bist du bekloppt? Du musst aufpassen! Los! Hüft da drauf und mach das! Alter, bin ich gut! Ahhhh! Bin ich! Ich bin so super! Ich bin so super! Ich bin so super! Ne! Oh nein! Ich hab den wenigsten Münzen! Ich glaub ich hab verloren! Okay! Diese Sterne, die können jetzt alles versauen! Ja! Diese Bonus-Sterne ey! Die entscheiden jetzt fast, glaub ich, alles! Spielstern ist... Ah, es ist... Yoshi! Yoshi! Ich hätte jetzt eigentlich dir gerechnet! Ja, ich auch eigentlich, aber... Münzstern! Münzstern! Der geht an! Oh! Oh! Nein! Der Ereignis-Stern! Der Ereignis-Stern! Der muss es jetzt sein! Oh nein, der muss an mir gehen! Oh! Ich hab gewonnen! Wär der an Vario gegangen, wär ich Zweiter geworden! Boah, das wär mies! Oder an mich! Ja! Aber hey! Weißt du was das heißt? Wir haben also ein Mistmoment bekommen! Kein... Der hat das kein einziges Mal gesagt! Kein einziges Mal hat da so ein Mist gesagt! Ja, aber jetzt... Zum Schluss wir das nochmal sagen! Ist... Ah ja, er ist der Letzter! Yeah! Geil! Das... Also das ist doch der geilste so ein Mistmoment! Und dabei hab ich Peach eigentlich nur genommen zum Rumspinnen! Boah, wenn ich mit ihr jetzt gewinne... Ah, der ist total das SSS-Sternchentier! Sternchen! SSS-Sternchen! Okay, das schaut... Das schaut schön aus! Mhm! Und was jetzt? Oh! Ah! Preise den Sakurai! Äh, in Mädchenform halt! Sarkorina! Ach... Ach... Der hat nicht so ein Mist gesagt! Ja, das macht dann! Später gleich! Ich bin der Superstar! Sau... Sau geil! Das... Einmal im LP wollte ich ja Superstar werden! Er ist zwar nicht unbedingt mit Peach, aber ey! Egal, also jetzt musst du gut still sein dann! Ja! Das ist hässlich, Peach! Yeah! Okay... Dann wollen wir mal gucken! Äh... Gesamt... Boah... Yoshi, ey! Aber ich war knapp dran! Meist gehaltene Münzen... Meist gehaltene Münzen... Die weißen blauen Felder hatte ich! Jeder hat ein blauen Felder! 1, 1, 1! Boah! Yo! Ich dachte jetzt eigentlich nur mit... Äh... Ja! Alter! Wario war der Chance Time Master! Sau viele Pilzfelder eigentlich! Boah! Und zwei Barser! Warum wohl? Alter! Du hattest so eine Pechsträhne! Aber dass du trotzdem... Und Koopa hat gesagt! Wario würde gewinnen! Ja! Er hat gewonnen! Ja! Er hat nicht... Ja, Koopa konnte nicht richtig liegen, weil Expansion nicht da war! Weißt? Ja! Ah! Das ist das Problem! Wahrscheinlich hast du da sogar reingeschnitten, dass Expansion gewonnen hat! Alter, Wario hat schon wieder die Arschkarte gezogen bei diesem Screen! Ja! Über Wario! Der ist... Der steckt tiefe Mist drin halt! Die weiße Mist! Die der Vogelscheiße! Jo! Ja! Vogelmist! Okay, das wärs mit Peaches Geburtstagstorte Mario Party Together! Wir sehen uns beim nächsten Board! Bis dahin! Auf Wiedersehen! Ciao!